heute durch deinen Heiligen Geist zu uns sprechen möchtest. Das danken wir im Namen Jesu. Amen. Wir möchten heute mit einem neuen biblischen Buch beginnen, und zwar mit 4. Mose. Wir lesen ab Kapitel 1, Vers 1. Und der Herr redete zu Mose in der Wüste Sinai, in der Stiftshütte, am ersten Tag des zweiten Monats. Im zweiten Jahr nach ihrem Auszug aus dem Land Ägypten und er sprach. Das war jetzt ein Jahr, Verzeihung, ein Monat, nachdem die Stiftshütte aufgebaut und dann eingeweiht worden war. Ermittelt die Summe der ganzen Gemeinde der Kinder Israels nach ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern und der Aufzählung der Namen. Alles, was männlich ist, Kopf für Kopf. Von 20 Jahren an und darüber alle kriegstauglichen Männer in Israel und zählt sie nach ihren Herrschern, du und Aaron. Das ganze Buch, 4. Mose, hat im Lateinischen nach dieser Begebenheit und einer weiteren, gegen Ende des Buches, den Namen Numeri erhalten, was auf die Volkszählung, die Zählung der kriegstauglichen Männer zurückzuführen ist. Und je ein Mann von jedem Stamm soll euch beistehen, ein Mann, der das Oberhaupt seines Vaterhauses ist. Wir sehen hier einen weiteren Schritt in der administrativen Organisation des Volkes Gottes. Etwas, das auf Gottes Anordnung hin geschah und deswegen sehr wichtig ist. Das sind aber die Namen der Männer, die euch zur Seite stehen sollen. Von Ruben, Elisur, der Sohn Shedeurs. Von Simeon, Shelumiel, der Sohn Suri Shaddais. Von Judah, Nachschon, der Sohn Aminadabs. Von Isascha, Netaniel, der Sohn Suas. Von Sebulon, Eliab, der Sohn Helons. Von den Söhnen Josefs. Von Ephraim, Elisammer, der Sohn Amihuts. Von Manasse, Gamliel, der Sohn Pedazurs. Von Benjamin, Abidan, der Sohn Gideonis. Wir sehen hier, dass die einzelnen Stämme nach ihren Müttern, nach den Müttern der Stammväter geordnet sind. Zunächst kommen die sechs Stämme oder in dem Fall fünf Stämme der Söhne Leas von Ruben und der Auslassung von Levi, dem dritten. Da kommen wir dann in den nächsten Tagen noch drauf. Und dann in Vers 10 und 11 mit den Söhnen von Josef und Benjamin, den Stämmen Ephraim, Manasse und auch Benjamin, die Söhne von Rahel. Und jetzt zum Schluss lesen wir in Vers 12 von Dan, Achiesa, der Sohn Amishadais. Von Aser, Pagiel, der Sohn Ochrans. Von Gad, Eliasav, der Sohn Deguels. Von Naftali, Achira, der Sohn Enans. Das sind also die Stämme, die von den Nebenfrauen Jakobs stammen. Und diese Einteilung mit den Stämmen, die von Lea kommen und dann den Stämmen, die von Rahel kommen und dann den Stämmen, die von den Nebenfrauen kommen. Diese Einteilung wird in den nächsten Kapiteln immer wieder anzutreffen sein. Das sind die Berufenden der Gemeinde, die Fürsten der Stämme ihrer Väter. Dies sind die Häupte über die Tausend Israels. Und Mose und Aaron nahmen diese Männer, die mit Namen bezeichnet waren. Sie versammelten die ganze Gemeinde am ersten Tag des zweiten Monats und sie ließen sich eintragen in die Geburtsregister nach ihren Sippen und ihren Vaterhäusern unter Aufzählung der Namen von 20 Jahren an und darüber Kopf für Kopf. Noch am selben Tag wurde ausgeführt, was Gott befohlen hatte. Wie der Herr es Mose geboten hatte, so musterte er sie in der Wüste Sinai. Und die Söhne Rubens, des erstgeborenen Sohnes Israels, nach ihrer Abstammung, ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern an Zahl der Namen, Haupt für Haupt, alle kriegstauglichen Männer von 20 Jahren und darüber, die Gemusterten vom Stamm Ruben waren 46.500. Die Söhne Simeons, nach ihrer Abstammung, ihren Geschlechtern und ihren Vaterhäusern an Zahl der Namen, Haupt für Haupt, alle kriegstauglichen Männer von 20 Jahren und darüber, lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dir von Herzen Dank sagen, dass du ein Gott der Ordnung bist, auch in der Gemeinde. Hilf uns, dass jeder Einzelne von uns seinen Beitrag dazu leisten kann, dass Ordnung in deinem Volk herrscht. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Amen.